Es weht ein anderer Wind unter der Haube des neuen 1er BMW. Ein Druckluftsturm sozusagen. Der Turbo hat auch bei den Münchnern Einzug gehalten und erstmals kommen beim neuen kleinsten BMW nur noch Vierzylindermaschinen zum Einsatz. Der 1.18i kommt also ohne reinen Sechszylinder aus. Ein Trauerspiel für viele Fans. Aber es gibt ja noch den Heckantrieb. Der einzige seiner Klasse. Allein dafür muss man ihn einfach lieben. Wir sagen noch, weil es wohl die letzte 1er-Generation ohne Antriebseinfluss in der Lenkung sein wird. Dieser hier fährt genau so, wie man es auch von ihm erwartet. Sportlich, straff und präzise. Nur der Motor hat gefühlt nicht mehr ganz so viel Kraft. Dabei sind es mehr PS auf dem Datenblatt als beim Vorgänger. 184 nämlich. Damit beschleunigt er auch in 7,4 Sekunden auf 100. Aber man muss ihn schon ein bisschen treten, um am Ende auf 225 Spitze zu kommen. Es hat natürlich auch Vorteile, einen Kleinmotor unter der Haube zu haben. Bei Verbrauch liegt er nämlich bei 5,8 Litern im EU-Mix. Im realen Leben ein eher theoretischer Wert, dennoch eine Sensation in der Kompaktklasse, wenn man sich anschaut, was einem dafür geboten wird. Wer Golf spielt, braucht ein gewisses Handicap. Das gilt auch für den neuen 1er BMW. Der hat das Handicap, dass er ein sehr gutes Fahrwerk hat, sehr dynamisch, viel besser geht in dieser Klasse nicht. Der einzigartige Heckantrieb, das können alle anderen in dieser Liga nicht. Allerdings ist dieses Auto auch gehandicapt. Der Komfort ist nämlich etwas eingeschränkt. Das ist schon ein bisschen sehr hart. Da kann VW mehr machen. Was BMW sich bei VW abgeguckt hat, sieht man am Heck. Die Rückleuchte, die kommt uns doch bekannt vor. Das ist VW Polo. Ob nun Polo-Rückleuchten oder auch die polarisierenden großen Frontscheinwerfer, der neue 1er hat mehr Platz als sein Vorgänger. Endlich einen würdigen Kofferraum und ist komfortabler geworden. Der Preis dafür ist natürlich weiterhin bayerisch. In der Basis geht es erst bei knapp 24.000 Euro los. In der Golfklasse ganz schön happig.